In der Geschichte der Menschheit 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 fällt es einem doch ziemlich schwer 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 zu begreifen, dass es noch Männer gibt 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 die Taschentücher benutzen die Taschentücher benutzen die Taschentücher benutzen die Taschentücher benutzen Ich meine, sie falten es auf Ich meine, sie falten es auf Ich meine, sie falten es auf, schneuzen rein und, schneuzen rein und, schneuzen rein und, schneuzen rein und, stecken es dann wieder in die Tasche zu den anderen Wertgegenständen. Papiere, Schlüssel, Rotzfahne, ja, ich hab's, alles klar! Sind Männer bloß, weil sie nicht gebären, können stolz auf alles, was sie absondern? Können stolz auf alles, was sie absondern? Und was ist eigentlich mit diesen aufgestickten Monogrammen ist das so ne Art? Flagge zu zeigen? Flagge zu zeigen? Flagge zu zeigen? Flagge zu zeigen? Man lässt es aus der Brusttasche des Jacketts raushängen. Ich habe ein Schnupft. Ich habe ein Schnupft. Ich habe ein Schnupft. Auf Ihre Beförderung. Oh, danke. 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 Oh, danke, Mr. Lippmann. Oh, danke, Mr. Lippmann. Oh, danke, Mr. Lippmann. Oh, danke, Mr. Lippmann. Ich kann gar nicht ausdrücken, wie sehr ich mich darüber freue. Aber ich kann gar nicht ausdrücken, wie sehr ich mich über freue. Aber ich kann gar nicht ausdrücken, wie sehr ich mich darüber freue. Aber ich habe sie auch verdient. Ich habe sie auch verdient. Ab sofort sind sie wirklich auf dem Weg nach oben. Sie sollten was gegen diese Erkennung unternehmen. Sie sollten was gegen diese Erkennung unternehmen. Du hast eine Gehaltserhöhung bekommen. Du hast eine Gehaltserhöhung bekommen. Du hast eine Gehaltserhöhung bekommen. So weit hier sitze, Baby. Ich dachte, dependent ist in finanziellen Schwierigkeit. Das waren sie auch, aber sie werden von Matsushimi übernommen. Das waren sie auch, aber sie werden von Matsushimi übernommen. Das waren sie auch, aber sie werden von Matsushimi übernommen, dem großen japanischen Konzert. Heißt das, dass sie Kramers Couchtischbuch rausbringen? Ja, das werden sie auf jeden Fall. Ja, das werden sie auf jeden Fall. Ja, das werden sie auf jeden Fall. Man, du hast ja eine Glücksträhne, eine Beförderung. Und du bist wieder mit Jack Charmel zusammen. Und du bist wieder mit Jack Charmel zusammen. Ja, es wird ernst, wir spielen mit dem Gedanken zusammenzuziehen. Du hast Glück, die Dichterin Helen Gurley Brown wäre sehr stolz auf ihn. Du hast Glück, die Dichterin Helen Gurley Brown wäre sehr stolz auf ihn. Apropos Glück, apropos Glück, apropos Glück, apropos Glück. Wo warst du denn Biff, wo warst du denn Biff, wo warst du denn Biff? Ich war am Strand. Ich war am Strand. Oh, am Strand. Oh, am Strand. Oh, am Strand. Oh, am Strand. Es funktioniert nicht, Jerry. Es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nicht, Jerry. Es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nicht, Jerry. Es funktioniert einfach nicht. Was funktioniert denn nicht? Was funktioniert denn nicht? Was funktioniert denn nicht? Ich war so vielversprechend. Ich war so vielversprechend. Ich war so vielversprechend. Ich war attraktiv. 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 Ein heller Kopf. 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 Oh, naja, vielleicht nicht gerade im akademischen Sinne, aber... Oh, naja, vielleicht nicht gerade im akademischen Sinne, aber... Ich war empfindsam. Ich wusste immer, wenn sich jemand auf einer Party nicht wohlfühlt. Gibst du mir eine Serviette? 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 Es ist mir klar geworden, als ich da draußen gesessen habe, dass... Jede Entscheidung, die ich in meinem ganzen Leben getroffen habe, Jede Entscheidung, die ich in meinem ganzen Leben getroffen habe, falsch war. Mein Leben ist das absolute Gegenteil von dem, was ich mir immer gewünscht habe. Mein Leben ist das absolute Gegenteil von dem, was ich mir immer gewünscht habe. Mein Gespür, das ich für alle Lebensbereiche entwickelt habe, zum Beispiel... Mein Gespür, das ich für alle Lebensbereiche entwickelt habe, zum Beispiel... Für Klamotten oder für das Essen. Für Klamotten oder für das Essen. Für Klamotten oder für das Essen. Es war falsch. Und immer. Thunfisch auf Toast, Krautsalat und ne Tasse Kappe. Nein, nein, einen Moment. Ich esse immer Thunfisch auf Toast. Wenn ich Thunfisch auf Toast gegessen hab, hat noch nie was geklappt. Ich möchte das Gegenteil von Thunfisch auf Toast. Ich möchte das Gegenteil von Thunfisch auf Toast. Hühnersalat, 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 Hühnersalat auf Reis. Auf Reis. Auf Reis. Auf Reis. Ungetoastet, 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 Ungetoastet. Dazu nehm ich Kartoffelsalat. Dazu nehme ich Kartoffelsalat. Und statt Kaffee Tee. Kommt sofort. Ich bin ungeheuer gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin ungeheuer gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wuhn ist doch nicht das Gegenteil von Thunfisch. Aber Lachs ist das Gegenteil von Thunfisch. Strömungstechnisch schwimmen Lachse aufwärts. Und Thunfische schwimmen runter. Und Thunfische schwimmen runter. Wie schön für die Thunfische. 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 Na und, was soll ich jetzt machen? Geh hin und sprich sie an. Geh hin und sprich sie an. Geh hin und sprich sie an. Elaine. Männer mit ner Platte. Elaine. Männer mit ner Platte. Ohne Job und ohne Geld. Ohne Job und ohne Geld. Ohne Job und ohne Geld. Hab mir Fern ..." Nein! Noch eine Chance das Gegenteil zu versuchen. Statt Thunfischsalat und Frauenphobie lieber Biff Statt Thunfischsalat und Frauenphobie, lieber Biff, Hühnersalat und eine direkte Offensive anmache. Ja, ich säke das Gegenteil schon mal versuchen. 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 Wenn dein Gespür bisher falsch war, wenn dein Gespür bisher falsch war, wenn dein Gespür bisher falsch war, müsste logischerweise das Gegenteil davon richtig sein. Müsste logischerweise das Gegenteil davon richtig sein. Ich werde das Gegenteil probieren. 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 Statt hier nur zu sitzen und nichts zu tun und mich darüber schwarz zu ärgern, Statt hier nur zu sitzen und nichts zu tun und mich darüber schwarz zu ärgern, dann werde ich jetzt das Gegenteil machen. Dann werde ich jetzt das Gegenteil machen. Und zwar ab sofort. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte. Ich habe eben bemerkt, dass Sie in meiner Richtung gesehen haben. Ich habe eben bemerkt, dass Sie in meiner Richtung gesehen haben. Ich habe eben bemerkt, dass Sie in meiner Richtung gesehen haben. Ich habe eben bemerkt, dass Sie in meiner Richtung gesehen haben. Ach ja, das hab ich. 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 Sie haben eben genau dasselbe Essen bestellt wie ich. Sie haben eben genau dasselbe Essen bestellt wie ich. Sie haben eben genau dasselbe Essen bestellt wie ich. Mein Name ist George. Ich bin arbeitslos und wohne bei meinen Eltern. Ich bin Victoria. Hi. Ich bin Victoria. Hi. Ich bin Victoria. Hi. Ich bin Victoria. Hi. Machen Sie Witze? Die können doch jetzt nicht mehr absagen. Die können doch jetzt nicht mehr absagen. So spät krieg ich doch für dieses Wochenende keinen Ersatz. Na schön, also gut. Wiederhören. Na schön, also gut. Wiederhören. Na schön, also gut, wir wiederhören. Na schön, also gut, wir wiederhören. Mann, Alter, es wird endlich wahr! 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 Was wird wahr? Das Kautstischbuch. 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 Es ist ein Rennen. Es ist ein Rennen. Oh ja, davon hab ich gewinnt. Weißt du, was das heißt? Weißt du, was das heißt? Weißt du, was das heißt? Ich werde das Buch vorstellen, als erstes bei Regis und Kathi Lee. Du trittst bei Regis und Kathie Lee auf? In voller Lebensgrössung, in voller Lebensgrössung, in voller Lebensgrössung, in voller Lebensgrössung. Tja, ich leide mein Puffärmelhemd. Nein, 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 lass mal. Auf keinen Fall. Nein, 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 lass mal. Auf keinen Fall. Worüber willst du sprechen? Couchstichen. Jupp. Hallo? Was? Ja klar, sehr gerne. Jupp. Hallo? Was? Ja klar, sehr gerne. Jupp. Hallo? Was? Ja klar, sehr gerne. Für das selbe Wochenende wurde gerade was abgesagt. Für dasselbe Wochenende wurde gerade was abgesagt. Für dasselbe Wochenende wurde gerade was abgesagt. Okay, toll. Wiederhören. Okay, toll. Wiederhören. Okay, toll. Wiederhören. Okay, toll. Wiederhören. Ich finde das Leben erstaunlich. 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 Die haben mir gerade einen Job abgesagt. 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 Und fünf Minuten später kriege ich einen anderen. Und fünf Minuten später kriege ich einen anderen. Und fünf Minuten später kriege ich einen anderen. und fünf Minuten später kriege ich einen an, an dasselbe Wochenende und dieselbe Gage. Weißt du, was du bist? Ein absoluter Glückspilz. Lässt du dir ein Bart wachsen? Wieso jeden Tag rosieren? Er wächst doch sowieso wieder. Wieso jeden Tag rosieren? Er wächst doch sowieso wieder. Allerdings. 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 Ich bin einfach nicht der Typ, der auf seine äußere Erscheinung Wert legt. Ich bin einfach nicht der Typ, der auf seine äußere Erscheinung Wert legt. Wenn solche Oberflächlichkeiten für dich wichtig sind, wenn solche Oberflächlichkeiten für dich wichtig sind, wenn solche Oberflächlichkeiten für dich wichtig sind, wird's mit uns nicht klappen. Wird's mit uns nicht klappen? 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 Hey, Vorsicht! Die Idioten haben uns geschnitten. Ist ja nicht zu fassen! Vorsicht, die Idioten, uns geschnitten ist ja nicht zu fassen. Vorsicht, die Idioten, uns geschnitten ist ja nicht zu fassen. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Das ist nicht das Ende der Welt. Das ist nicht das Ende der Welt, das ist nicht das Ende der Welt. Hey Baby, wie wär's mit einer Postzundenarbeit? Ja, steck ihm deine Zunge in den Halt! Ja, steck ihm deine Zunge in den Halt! Was machen wir jetzt? Sollen wir uns umsetzen? Was machen wir jetzt? Sollen wir uns umsetzen? Das wird nicht nötig sein. Das wird nicht nötig sein. Haltet die Klappe und hört auf gegen die Sitze zu treten! Haltet die Klappe und hört auf gegen die Sitze zu treten! Wir wollen ja einen Film sehen! Und wenn ich das noch einmal sagen muss, dann gehen wir nach draußen und ich zeige euch, wo es lang geht! Und wenn ich das noch einmal sagen muss, dann gehen wir nach draußen und ich zeige euch, wo es lang geht! Habt ihr verstanden? Also macht den Mund zu, sonst mach ich ihn euch zu! Also macht den Mund zu, sonst mach ich ihn euch zu! Also macht den Mund zu, sonst mach ich ihn euch zu! Und wenn ihr denkt, ich mach Spaß! Und wenn ihr denkt, ich mach Spaß! Dann probiert es! Probiert's mal! 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 Weil ich nämlich nichts lieber täte! Weil ich nämlich nichts lieber täte! Bist du sicher, dass du nicht mit hochkommen willst? Dich meines ist doch erst halb zehn. Ich glaube, das sollten wir nicht tun. 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 Wir kennen uns doch noch viel zu wenig. Wer bist du, George Costanzo? Ich bin das Gegenteil von jedem Mann, den du bisher kennst. Ich bin das Gegenteil von jedem Mann, den du bisher kennst. Entschuldigen Sie, heißen Sie vielleicht Elaine? Ja. Entschuldigen Sie, heißen Sie vielleicht Elaine? Ja. Entschuldigen Sie, heißen Sie vielleicht Elaine? Ja. Und Sie waren hier mit einem gewissen Jake Jarmel verabredet? Ja. Und Sie waren hier mit einem gewissen Jake Jarmel verabredet? Ja. Und Sie waren hier mit einem gewissen Jake Jarmel verabredet? Ja. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass er einen Unfall hatte. Ich muss ihm leider mitteilen, dass er einen Unfall hatte. Ein Unfall? Was ist passiert? Ein Unfall? Was ist passiert? Naja, er wurde von einem Taxi angefahren, aber es ist nicht so schlimm. Naja, er wurde von einem Taxi angefahren, aber es ist nicht so schlimm. Naja, er wurde von einem Taxi angefahren, aber es ist nicht so schlimm. Er ist im St. Vincent Krankenhaus, Zimmer 907. Oh, okay, danke. Er ist im St. Vincent Krankenhaus, Zimmer 907. Oh, okay, danke. Er ist im St. Vincent Krankenhaus, Zimmer 907. Oh, okay, danke. Er ist im St. Vincent Krankenhaus, Zimmer 907. Oh, okay, danke. Geben Sie mir bitte eine Schachtel Gummibärchen. Ja, bitte schön. Geben Sie mir bitte eine Schachtel Gummibärchen. Ja, bitte schön. Geben Sie mir bitte eine Schachtel Gummibärchen. Ja, bitte schön. Geben Sie mir bitte eine Schachtel Gummibärchen. Ja, bitte schön. Naja, also die Fußgängerampel war eindeutig grün. 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 Ich marschiere los, er schleudert und knallt mir direkt an die Hüfte. Ich marschiere los, er schleudert und knallt mir direkt an die Hüfte. Oh, das ist der ganz furchtbar, ich meine. Wie können die Menschen nur so dumm sein? Da wird einem ja schlechter. Da wird einem ja schlechter. Was meinst du, weil sie dich entlassen? Wo hast du die eigentlich her? Wo hast du die eigentlich her? Im Kino gekauft. Im Kino gekauft. Im Kino gekauft. Im Kino gekauft. Hat dich der Geschäftsführer nicht benachrichtigt, ehe du reingegangen bist? Doch, das hat er. Wann hast du die denn gekauft? 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 Du hast dich dann entschieden anzuhalten wegen ein paar Gummibärchen? Und hast du dich denn entschieden anzuhalten wegen ein paar Gummibärchen? Und hast dich dann entschieden anzuhalten wegen ein paar Gummibärchen? Der Stand war gleich hinter mir und der Stand war gleich hinter mir und der Stand war gleich hinter mir und... Ehrlich gesagt hätte ich erwartet, dass du unter diesen Umständen das Gebäude auf dem schnellsten Wege verlässt. Aber offenbar hatte es überhaupt keine Wirkung auf dich. Doch wenn man dich angefahren hätte, hätte ich garantiert nicht die Zeit gefunden, um anzuhalten und Gummibärchen zu kaufen. Doch wenn man dich angefahren hätte, hätte ich garantiert nicht die Zeit gefunden, um anzuhalten und Gummibärchen zu kaufen. Aber ich möchte, dass du mich jetzt allein lässt, bitte. Aber Jack, ich konnte doch gar nicht... 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 Na, was meint ihr, machen wir Schluss? 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 Gute Idee, ich bin ziemlich müde. Was hast du gewonnen? 1,50 Gute Idee, ich bin ziemlich müde. Was hast du gewonnen? 1,50 Gute Idee, ich bin ziemlich müde. Was hast du gewonnen? 1,50 Gute Idee, ich bin ziemlich müde. Was hast du gewonnen? 1,50 Ich hab 3,20 verloren. 1,37 Ich hab 3,20 verloren. 1,37 Ich hab 3,20 verloren. 1,37 Nicht gewonnen, nichts verloren. Bitte… 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 Bitte. Einen jungen Autor. Er hat ein neues Buch geschrieben und das geht um. Das ist wirklich umwerfend. Es ist ein Hochglanzbildband über Couchtische. Es ist ein Hochglanzbildband über Couchtische. Es ist ein Hochglanzbildband über Couchtische. Sie werden staun. Es ist ein Hochglanz-Bildband über Couch-Tische. Ja, ist das nicht clever? 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 Also, ich finde das so clever. Ja, da hast du Recht. 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 Hast du ihn hinter der Bühne getroffen? Er sieht doch richtig witzig aus, nicht wahr? Ich liebe seine Uhr. Ich liebe seine Uhr. Wir freuen uns heute bei Ossam. Bitte begrüßen Sie jetzt Kramer. Bitte begrüßen Sie jetzt Kramer. Hei Guttner, ganz meinerseits. Hei Guttner, ganz meinerseits. Hei Guttner, ganz meinerseits. Hei Guttner, ganz meinerseits. Oh, das muss an dieser Frisur liegen, oder so? Also ein Couchtischbuch über Couchtische. Also ein Couchtischbuch über Couchtische. Also ein Couchtischbuch über Couchtische. Wie kommt man auf so etwas? Wie kommt man auf so etwas? Ja, das werde ich Ihnen sagen, Richard. Es ist nämlich eine wahre Geschichte. Ich bin zu der Zeit Ski gelaufen. Ich bin zu der Zeit Ski gelaufen. Wenn ich Ski laufe, Kramer, versuche ich mich nicht umzubringen und Sie schreiben Bücher. Wenn ich Ski laufe, Kramer, versuche ich mich nicht umzubringen und Sie schreiben Bücher. Wenn ich Ski laufe, Kramer, versuche ich mich nicht umzubringen und Sie schreiben Bücher. Also Kinder, kommt ja nicht auf die Idee, das auch zu versuchen. Also Kinder, kommt ja nicht auf die Idee, das auch zu versuchen. Bleibt in der Schule. Bleibt in der Schule. Bleibt in der Schule. Bleibt in der Schule. Hätten Sie schon immer Interesse an Couchtischen? 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 Wenn man keinen Couchtisch besitzt, verwandelt er sich in einen Couchtisch. Ist das nicht einfach Föders? Seht euch das! Seht euch das! Den muss ich haben! Sabelhaft! 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 Hab ich nicht gesagt, er ist ein bisschen überdreht? Hab ich nicht gesagt, er ist ein bisschen überdreht? Hab ich nicht gesagt, er ist ein bisschen überdreht? Dieser Bildband enthält lauter Fotos von Couchtischen berühmter Leute. Dieser Bildband enthält lauter Fotos von Couchtischen berühmter Leute. Ja genau, das ist recht. Dieser Bildband enthält lauter Fotos von Couchtischen berühmter Leute. Ja genau, das ist recht. Ja, aber ich bin da nicht drin. Wo ist meiner? Ja, aber ich bin da nicht drin. Wo ist meiner? Ja, aber ich bin da nicht drin. Wo ist meiner? Ja, aber ich bin da nicht drin. Wo ist meiner? Und er ist gespeichert hier drin. Und er ist gespeichert hier drin. Wie ich schon sagte, er ist ein bisschen überdreht, das ist er wirklich. Wie ich schon sagte, er ist ein bisschen überdreht, das ist er wirklich. Aber ich finde ihn umwerfend. Und gut aussehend. Aber ich finde ihn umwerfend. Und gut aussehend. Er hat mir mein ganzes Kleid ruiniert. 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 Wir sehen uns wieder nach der Daimung. Wir sehen uns wieder nach der Daimung. Amso, es ist vorbei. Amso, es ist vorbei. Amso, es ist vorbei. Ja, es war ziemlich eklig. Ja, es war ziemlich eklig. Ja, es war ziemlich eklig. Weshalb bist du dann zurückgegangen, Gummibärchen? Ich bin ja nicht mal über die Straße gegangen. Ich bin ja nicht mal über die Straße gegangen. Ich bin ja nicht mal über die Straße gegangen. Ich hab sie gekauft und hab mir dann ein Taxi genommen. Ich hab sie gekauft und hab mir dann ein Taxi genommen. Ich hab sie gekauft und hab mir dann ein Taxi genommen. Wieso hast du sie nicht im Taxi gefuttert? Weil ich noch Popcorn hatte, darauf hatte ich noch mehr Lust. Was ist das alles? Wir haben Karten gespielt. Wir haben Karten gespielt. Wir haben Karten gespielt. Wir haben Karten gespielt. Wie ist es gelaufen? Ausgeglichen. Für dich gleicht sich immer alles aus. Für dich gleicht sich immer alles aus. Ja, gestern habe ich einen Auftritt verloren und einen neuen bekommen. Dann habe ich eine Fernsehshow verpasst, die wurde später wiederholt. Heute habe ich den Zug verpasst, ging raus und erwischte einen Bus. Heute habe ich den Zug verpasst, ging raus und erwischte einen Bus. Es geht nie schief. Es gleicht sich immer aus. Hast du mal 20 Dollar? Wofür? 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 Gib mir einfach 20 Dollar. Was zum Teufel soll das? Was zum Teufel soll das? Mal sehen, ob dir die einer wiederbringt. Mal sehen, ob dir die einer wiederbringt. Mal sehen, ob dir die einer wiederbringt. Du hättest auch einen Bleistift rauswerfen und gucken können, ob den einer wiederbringt. Du hättest auch einen Bleistift rauswerfen und gucken können, ob den einer wiederbringt. Du hättest auch einen Bleistift rauswerfen und gucken können, ob den einer wiederbringt. Ach Jerry, alles lief doch so gut für mich. Ach Jerry, alles lief doch so gut für mich. Du weißt doch, ich bin befördert worden. Du weißt doch, ich bin befördert worden. Wir haben darüber gesprochen, zusammenzuziehen. Wir haben darüber gesprochen, zusammenzuziehen. Vielleicht hältst du das nächste Mal, wenn einer einen Unfall hatte, nicht erst mal an, um dir was zum Naschen zu kaufen. Hey, ich hab gerade 20 Dollar gefunden. 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 Ich sage euch, irgendetwas passiert gerade in meinem Leben. Gestern hab ich immer das Gegenteil getan. Oben war unten, schwarz war weiß, 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 schwarz war weiß. Gut war, schwarz war weiß, 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 schwarz war weiß. Ihr Onkel arbeitet für die Yankees und er wird mir einen Vorstellungstermin besorgen. Einen Job in der Zentrale als Assistent des Reisebeauftragten. Einen Job bei den New York Yankees. Einen Job bei den New York Yankees. Davon hab ich schon immer geträumt, seit ich klein war. Seit ich klein war. Und das passiert nur, weil ich jeden Impuls ignoriere, den ich in Bezug auf gesund. Und ignoriere, den ich in Bezug auf gesund. Menschenverstand und korrekte Einschätzung jemals hatte. 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 Das ist nicht nur einfach eine verrückte Idee, Elaine, Jerry. Das ist jetzt meine Religion. 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 Das ist wirklich witzig. Ja. Elaine, sieh nur ein Zwanziger. 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 Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Hey, Boss. Hey Boss! Wie geht's dir an der Rotarde? Wie geht's dir an der Rotarde? Ja, setzen Sie sich doch hin! Okay, was ist, haben Sie sich was eingefallen? Okay, was ist, haben Sie sich was eingefallen? Okay, was ist, haben Sie sich was eingefallen? Mann, das ist ja die totale Drehnung! Mann, das ist ja die totale Drehnung! Besorgen Sie sich Vitamin C mit Hagebutten und... Und... Besorgen Sie sich Vitamin C mit Hagebutten und... Und... Besorgen Sie sich Vitamin C mit Hagebutten und... 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 Kam ganz gut, hm? Kam ganz gut, hm? Kam ganz gut, hm? Wie auch immer... 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 Hier ist man der Ansicht, das ist es... 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 Beste wäre, wenn sie mit siehe. Zu keiner dieser Sendung mehr gehen wird. Bloß wegen der Kaffee-Geschichte? Drivers, tut mir leid. Was ist mit Sonja Live? Sie sagen doch nicht Sonja Live an. Kommt nicht. Was ist mit Sonja Live? Sie sagen doch nicht Sonja Live an. Was ist mit Sonja Live? Sie sagen doch nicht Sonja Live an. Was ist mit Sonja Live? Sie sagen doch nicht Sonja Live an. Die ist ärztlich stehen auf Sofas. Erzählen Sie mir doch bitte etwas über Ihre früheren Beschäftigungsverhältnisse. Erzählen Sie mir doch bitte etwas über Ihre früheren Beschäftigungsverhältnisse. Erzählen Sie mir doch bitte etwas über Ihre früheren Beschäftigungsverhältnisse. Ganz wie Sie wollen. Ähm... Ganz wie Sie wollen. Ganz wie Sie wollen. Zuletzt habe ich in einem Verlag gearbeitet. Zuletzt habe ich in einem Verlag gearbeitet. Ich wurde gefeuert, weil ich in meinem Büro mit der Putzfrau geschlafen habe. Und weiter? Und weiter? Und weiter? Und weiter? Ja, okay, also davor war ich bei einem Makler angestellt. Ja, okay, also davor war ich bei einem Makler angestellt. Ja, okay, also davor war ich bei einem Makler angestellt. Ja, okay, also davor war ich bei einem Makler angestellt. Ich hab gekündigt. Ich hab gekündigt. Ich hab gekündigt. Weil mein Boss mich nicht seine Privattoilette benutzen lassen wollte. Weil mein Boss mich nicht seine Privattoilette benutzen lassen wollte. Weil mein Boss mich nicht seine Privatoilette benutzen lassen wollte. Weil mein Boss mich nicht seine Privatoilette benutzen lassen wollte. Und das war's. Und das war's. Und das war's. Und das war's. Reden Sie eigentlich mit allen Leuten so? Natürlich. 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 Meine nicht hat mir gesagt, sie wären anders. Meine nicht hat mir gesagt, sie wären anders. Meine Nicht hat mir gesagt, sie wären anders. Ich bin anders, ja. Ich muss Ihnen sagen, von all den Bewerbern, die sich bei uns vorgestellt haben, sind Sie das völlige Gegenteil. Sind Sie das völlige Gegenteil? Mr. Steinbrenner? Ich möchte Ihnen gern jemanden vorstellen. Das ist Mr. Costanzo, er ist einer der Bewerber. Das ist Mr. Costanzo, er ist einer der Bewerber. Freut mich, sie kennenzulernen. Freut mich, sie kennenzulernen. Freut mich, sie kennenzulernen. Tja, ich wünschte, ich könnte das auch von mir behaupten. Aber ich wünschte, ich könnte das auch von mir behaupten. Aber ich wünschte, ich könnte das auch von mir behaupten. Aber ich wünschte, es fällt mir wirklich schwer, die Logik hinter einigen Entscheidungen zu sehen, die Sie bezüglich dieses tollen Vereins getroffen haben. Tollen Vereins getroffen haben. Tollen Vereins getroffen haben. In den letzten 20 Jahren haben Sie mir und der Stadt New York jede Menge Kummer gemacht. Jede Menge Kummer gemacht. Jede Menge Kummer gemacht. Jede Menge Kummer gemacht. Gloria, ob Sie in der Jake was rauskontakt hast. Oh, Mann. fır ja an! Das ist Jede Menge ultime famille, neren Schiff. Ach, meine Ex-Mitbewohnerin. Sie ist vor vier Jahren ausgezogen. Ich habe das Apartment seitdem zu untermieten. Ich habe das Apartment seitdem zu untermieten. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Dich habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Dich habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Elaine, wir haben da ein Problem. Worum geht es denn? Du fliegst raus. Ich fliege raus? Wieso? Ich fliege raus? Wieso? Ich fliege raus? Wieso? Ich fliege raus? Wieso? Es hat ein paar Beschwerden gegeben. 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 Was für Beschwerden? Was für Beschwerden? Was für Beschwerden? Was für Beschwerden? Von dem Jahr hast du per Knopfdruck dem Juwelenlieb die Tür geöffnet. Von dem Jahr hast du per Knopfdruck dem Juwelenlieb die Tür geöffnet. Von dem Jahr hast du per Knopfdruck dem Juwelenlieb die Tür geöffnet. Vor einem Jahr hast du per Knopfdruck dem Juwelenlieb die Tür geöffnet. Ich wusste doch nicht, wer es war. Ich wusste doch nicht, wer es war. Dafür gibt's ja die Sprechanlage. Was noch? Was noch? Was noch? Was noch? Na offenbar hast du nur eine Woche danach auf die gleiche Art. Die Zeugen Jehovas reingelassen. Na offenbar hast du nur eine Woche danach auf die gleiche Art. hat die Zeugen Jehovas reingelassen. Na, offenbar hast du nur eine Woche danach auf die gleiche. Und hat die Zeugen Jehovas reingelassen. Und man ist hier nicht mehr losgeworfen. Na, jetzt hast du dich Angst gehabt. Na ja, mal sehen. Na ja, mal sehen. Naja, mal sehen. Naja, mal sehen. Ich werde dir sagen, was der große Vorteil der Homosexualität ist. Ich werde dir sagen, was der große Vorteil der Homosexualität ist. Wenn man mit jemandem befreundet ist, der so groß ist wie man selbst, dann verdoppelt sich die Garderobe. Dann verdoppelt sich die Garderobe. Ja, vermute. Das ist ein entscheidender Faktor. Ja, vermute. Das ist ein entscheidender Faktor. Wenn die ein neues Mitglied anwerben wollen, dann ist das sicher ein wichtiges Verkaufsargument. Dann ist das sicher ein wichtiges Verkaufsargument. Dann ist das sicher ein wichtiges Verkaufsargument. Ich hab viel nachgedacht. Ich hab viel nachgedacht. Ich hab viel nachgedacht. Ich hab viel nachgedacht. Weißt du, ich glaube, wir sollten uns nicht mehr treffen. Weißt du, ich glaube, wir sollten uns nicht mehr treffen. Weißt du, ich glaube, wir sollten uns nicht mehr treffen. Weißt du, ich glaube, wir sollten uns nicht mehr treffen. Ein verstanden, kein Problem. Ein verstanden, kein Problem. Ein verstanden, kein Problem. Ein verstanden, kein Problem. Nee, ich find bestimmt was Neues. Weißt du, die Dinge regeln sich immer für mich. Na jedenfalls, es war sehr nett, mit dir eine Weile zusammen zu sein. Und alles Gute. Die New York Yankees. Die New York Yankees. Ich bin der Assistent des Reisebauauftragten. Ich bin der Assistent des Reisebauauftragten des Vereins. Ich werde mit Ihnen in Bussen reisen. Ich werde mit Ihnen fliegen des Vereins. Ich werde mit Ihnen fliegen des Vereins. Ich arbeite im Yankee Stadion. Das ist ein Traum, Jerry. Ich arbeite im Yenki-Stadion. Das ist ein Traum, Jerry. Ich arbeite im Yenki-Stadion. Das ist ein Traum, Jerry. Ich arbeite im Yenki-Stadion. Das ist ein Traum, Jerry. Ich platze, ich platze vor Stolz. Das ist ja unglaublich. Ich platze, ich platze vor Stolz. Das ist ja unglaublich. Ich platze, ich platze vor Stolz. Das ist ja unglaublich. Ich platze, ich platze vor Stolz. Ich bin's. Komm Raff. Ich bin's. Komm Raff. Ich bin's. Komm Raff. Ich bin's. Komm Raff. Ich zieh bei meinen Eltern aus und nehme das Apartment in der 86. Weißt du, welche sich meine? Ja, ist ne tolle Wohnung. Ich bin wieder ein Geschafft, Baby. 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 George, ich würde nicht so euphorisch werden. George, ich würde nicht so euphorisch werden. Die Dinge entwickeln sich manchmal ja doch ganz anders. Wie geht's denn so? Wie's geht? Du willst wissen, wie's mir geht? Ich sag dir, wie's mir geht. Biscuit? Du willst wissen, wie's mir geht? Ich sag dir, wie's mir geht. Wie's geht? Du willst wissen, wie's mir geht? Ich sag dir, wie's mir geht. Wie's geht? Du willst wissen, wie's mir geht? Ich sag dir, wie's mir geht. Ich sitz auf der Straße, ich flieg grad aus meiner Wohnung raus. Ich sitz auf der Straße, ich flieg grad aus meiner Wohnung raus. Ich sitz auf der Straße, ich flieg grad aus meiner Wohnung raus. Ich sitz auf der Straße, ich flieg grad aus meiner Wohnung raus. Warum, wieso tun die das? 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 Keine Ahnung, die haben eine Liste mit Beschwerden. Keine Ahnung! Die haben eine Liste mit Beschwerden! Der Juwelendieb… Was noch? Was noch? Was noch? Ich hab kanadische Münzen in die Waschmaschine geworfen. Ich hab kanadische Münzen in die Waschmaschine geworfen. Ich muss bis zum Ende des Monats raus sein. Ich muss bis zum Ende des Monats raus sein. Ich muss bis zum Ende des Monats raus sein. Ich muss bis zum Ende des Monats raus sein. Willst du vielleicht bei meinen Eltern einziehen? 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 War das gerade eben das Gegenteil von dem, was du sagen wolltest? War das gerade eben das Gegenteil von dem, was du sagen wolltest? Oder war das dein natürlicher Instinkt? Instinkt, 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 Instinkt. Du solltest lieber beim Gegenteil bleiben. 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 Elaine, lass dich nicht runterziehen, das wird sich alles regeln. Sieh mal, ich habe zwei Freunde. Sieh mal, ich habe zwei Freunde. Du warst oben auf, er war unten. Du warst oben auf, er war unten. Jetzt ist er oben auf und du bist unten. Jetzt ist er oben auf und du bist unten. Merkst du nicht, wie sich alles bei mir ausgleicht? Merkst du nicht, wie sich alles bei mir ausgleicht? Merkst du nicht, wie sich alles bei mir ausgleicht? Die Herren von Matsushimi sind hier. Die Herren von Matsushimi sind hier. Oh ja, sag sie nicht, ich komme gleich. Oh, oh ja, sagen Sie nicht, ich komme gleich. Oh, oh ja, sagen Sie nicht, ich komme gleich. Oh, oh ja, sagen Sie nicht, ich komme gleich. Oh Mann, endlich klappt es Ihnen. 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 Wissen Sie, ohne diese Fusion würden wir auf der Straße sitzen. Ich sage Ihnen, die waren unsere letzte Rettung. Ich sage Ihnen, die waren unsere letzte Rettung. Mr. Lippmann, Sie haben Ihr Taschentuch vergessen. 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 Ich kann gar nicht glauben, dass du ausziehst. Kramer, ist das denn wahr? Kramer, ist das denn wahr? Passiert das hier wirklich? Das ist ja wie ein Traum. Das ist ja wie ein Traum. Also los, gehen wir. Also los, gehen wir. Bring dich nicht in Schwierigkeiten bei den Yankees. Bring dich nicht in Schwierigkeiten bei den Yankees und immer schön freundlich sein. Ich werde nicht freundlich sein, so habe ich doch den Job bekommen. Cary, hast du das gehört? 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 Er weiß schon, was er tut. Ich möchte nur, dass ihr beide wisst. Ich möchte nur, dass ihr beide wisst. Ich möchte nur, dass ihr beide wisst. Ich möchte nur, dass ihr beide wisst, wie viel ihr mir bedeutet. Wie viel ihr mir bedeutet. Und ich habe euch beide ganz furchtbar lieb. Und ich habe euch beide ganz furchtbar lieb. Das Gegenteil. Sehe ich auch so. 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 Ich muss mindestens oft Stücke im Mund gehabt haben. Ich muss mindestens oft Stücke im Mund gehabt haben. Ich muss mindestens oft Stücke im Mund gehabt haben. Ich konnte nicht sagen. Ich wollte nicht sagen. Ich konnte 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 nicht sagen. Wieso musstest du denn so viele essen? 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 Es waren Gummibärchen. Es waren Gummibärchen. Es waren Gummibärchen. Es waren Gummibärchen. Bommi-Bärchen, und die lebe ich doch so. Ich wusste ja nicht, dass es eine solche Kettenreaktion auslöst. Ich wusste ja nicht, dass es eine solche Kettenreaktion auslöst, die zum Untergang von Pen & Publishing führt. die zum Untergang von Pen & Publishing führt. Ganz zu schweigen von Kramers Couchtisch. Du hast doch gerust, dass er erkältet ist. Womit sollte er sich denn die Nase schneuzen? Womit sollte er sich denn die Nase schneuzen? Wiss ihr eigentlich, was hier los ist? Ja, seht ihr denn nicht, was passiert ist? Ja, seht ihr denn nicht, was passiert ist? Ja, seht ihr denn nicht, was passiert ist? Ich bin George geworden. Ich bin George geworden. Sag sowas nicht. Sag sowas nicht. Sag sowas nicht. Sag sowas nicht. Es ist wahr. Ich bin George. Ich bin George. Es ist wahr. Ich bin George. Ich bin George. Es ist wahr. Ich bin George. Ich bin George. Es ist wahr. Ich bin George. Ich grüße euch, ihr Lieben. Ich grüße euch, ihr Lieben. Seid gegrüßt. Ich grüße euch, ihr Lieben. Seid gegrüßt. 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 Ich nehme den Hühnersalat auf Reis ungetoastet. Sie wissen schon, meine Liebe. Also Leute, ich hatte heute eine kleine Unterhaltung mit Mr. Don Mattingly. Also Leute, ich hatte heute eine kleine Unterhaltung mit Mr. Don Mattingly. Hier ist der erste Baseman. Wir haben über seine neue Schlagtechnik gesprochen. Wir haben über seine neue Schlagtechnik gesprochen. Ich finde sie nicht so toll, doch ich sagte Donny. Ich finde sie nicht so toll, doch ich sagte Donny. Mach weiter so, bis es nicht mehr klappt. Donny Baseball ist ein toller Typ. Donny Baseball ist ein toller Typ. Warte, warte, das ist zu viel, meine war höher als dann. Sagen wir ausgeglichen. Kaffee ist ein Getränk, zu dem es anscheinend eine Menge Zubehör gibt. Kaffeetisch, Couchtisch, Couchtisch, Bücher, es ist um verrückt werden. Kaffeetisch, Couchtisch, Couchtisch, Bücher, es ist um verrückt werden. Kaffeetisch, Couchtisch, Couchtisch, Bücher, es ist um verrückt werden. Man kann über Alkohol sagen, was man will, aber es gibt dazu nicht nur wenig Zubehör. Alkohol hilft einem viel mehr dabei Sachen loszuwerden. Familie, Heim, Alkohol hilft einem viel mehr dabei Sachen loszuwerden. Familie, Heim, Job oder den Führerschein. Ab einem bestimmten Punkt ist es sogar so, dass man nur noch daran denken muss, mehr Alkohol zu kaufen. Ab einem bestimmten Punkt ist es sogar so, dass man nur noch daran denken muss, mehr Alkohol zu kaufen. Und Küchentücher fürs Erbrochene.